Hallo meine Lieben, ich wollte mich kurz melden und euch frohe Weihnachten wünschen. Mir ging es in letzter Zeit nicht so gut. Ich musste viele Schicksalsschläge hinnehmen und verarbeiten. Ich habe angefangen ein ausführliches Video darüber zu drehen, was mir alles passiert ist, aber habe es dann wieder verworfen. Ich sage mal so, mir ging es in letzter Zeit echt bescheiden und darum habe ich keine Videos mehr gedreht. Ich habe mich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wollte einfach nur für mich sein. Macht euch bitte keine Sorgen um mich, denn Unkraut vergeht nicht. Ich brauche noch ein wenig Zeit für mich und dann wird es auch bald wieder neue Videos geben. Für eure Geduld bin ich euch dankbar. Jetzt wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das Jahr 2022 besser werden. Also feiert schön und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin, bleibt alles schön gesund. Eure Gina Wie geht Eure Gina